Schlapperkack Schlapperkack Das ist auch so, so was, was man nie vergessen wird, Punish, oder? Schlapperkack Das bleibt einfach im Gesicht Gehen wir erst A oder was? Ja, 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 Raku Wir machen ein Backup von euch dann Oh, du bist so ein Trottel, Alter Ja, hab ich zugehört, oder was? Ja, du bist ein Trottel Typisch Junker Das war ein spannendes COD-Video auf Facebook Eins von uns? Nee Ja, ich wusste das nicht Von der Pro League Jemand hat den Diffus verkackt Vorne, vorne, vorne Einer, hier, sechliche Scheune, eine Scheune Einer ist gestanden Der ist aber zurück, der ist zurückschauen Der ist nach rechts gerannt Oh, der hat mich geläubt Ja, der ist da voll rumgejumpt, Alter Ich muss mich zurückziehen Ich glaube, der ist verstört Der ist kein Todesstille, der zieht Einer, einer ist Friedhof Komm auf B War der, der mich die Kälte hat, ja Einer, bitte Hilfe? Geh rum, wir brauchen noch kurz die Abdeckung Komm, rein, geh rein Ich bin rum, der ist Panzer Ich leg Richtung B Demi, du musst rechts haben jetzt Ich hab rechts Panzer, komm vor Oben, oben, oben Ich hab den Bild noch nicht gecheckt Der hat's aber, der hat aber ins Gesicht bekommen Letzter, letzter, letzter Ich hab die Bombe Geh mal zwei Meter vor, Jimmy Oh, nice Guck mal, da kommt so braune Stück von rechts jetzt Okay, das klingt irgendwie komisch Ich meinte, natürlich sind Roboter Braune Roboter Braune Roboter So, jetzt ich long, oder was? Ja Na joho Was mach ich denn das jetzt? Campen 2B Back & Down 1B 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 Artikel 1B 2B 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 1B ich glaube er ist weg ich weiß es aber nicht ahnung ich guck rechts wer kommt bitte panzer das wollen doch dass sie grünen richtung grünen und ein schön alle haben wir hatten ohne scheiß drei troffees auf bäne werfen wir nicht die fernst du hast drei semphex es entgegen geflogen alter die wichser und jungs ich habe ein gutes gefühl heute ich bin on point on point naja wohin 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 argo im auto war ja gleich gibt es ein monster bei denen der kommt jetzt vor dir ist eine a das habe ich einen da habe ich jeden einer jump der beim panzer hoch Er sind noch 2, ne? Ich leg... Uuuuuhn... Wenn der mega Timelag hat, ist er irgendwie durchgekommen, aber ich glaub's nicht. Geh ich mal hier rein. Ich hab Mitte. Ich denke, die werden vom Friedhof kommen. Mal gucken. Mitte. Letzter. Ich bin One-Shot. Der ist auch weak. In der Ecke. Ja. Dieze. Ich hab gestern 10 Stunden geschlafen, ne? Alter. Du Urlaubsspasti, ey. Nee, ich hatte gestern noch keinen Urlaub. Ich hab von um 8 gepennt bis um 6. Lach bei dir. Ja. Irgendwie schon. Ja, aber ab und zu braucht man das einfach. Das stimmt. Also bei Cleo eigentlich immer. Einer ist bitte schon gewesen. Ich seh B gar nix. Ich seh B gar nix. Gar nix. Gar nix. Gar nix. Warte, ich hab Auto. Ich fahr vor auf A. Auf A ist noch keiner durch, glaub ich. Doch, doch. Einer ist durch jetzt. Jetzt keiner durch. Jetzt keiner durch. Aber der ist durch. Nee, steht Ecke hier. Der ist weak. A ist weak in der Ecke. Na kacke. Der könnte legen hier, ne? Ja, noch einer durch A. Also 2 bei A denn. Wir sind drin in der Scheune. Keine Down Scheune. Keine Down Scheune. Noch eine A. Noch eine A. Kann man Auto holen. Ah, nein. Ich hab schon wieder geholt. Fuck. Mitte offen, komplett. Ja, ne ist down. Letzter ist aber auch. Der ist jetzt quasi getrapt. Bleibt einfach so. Nein, der ist jetzt zurück. Zurück Richtung Green gerade gelaufen. Bomben könnte noch am Platz liegen. Mal gucken. Die da. Oh, ich hab ihn noch gesehen im Windschatten. Im Windschatten? Oh je. Falsch! Das war falsch. Ah, ich muss zu meinem Roboter treffen. Ja, Vigo. Gesundheit. Gesundheit. Kein Trophy rechts, ich pushe mit Overdrive rechts. Ich hab Trophy. Ich hab Psychos. Ich hab eigentlich mal ein Mikro zugehalten, aber... Das war schon laut, ey. Doch gehirrt. Bei B down. Einer ist mit des Hangs. Oh Gott, wo mein Smoking geflogen ist. Einer ist A. Ich kann planten. A ist down. Ich hab rechts. Doch ein A. Einer ist rechts außen, ne? A und Panzer. A ist letzter. Sorge. Schnell runter. Ey, das war ultra knapp. Ja. Oha, Movement. Oh, na, ist doch. Hat jeder auch ein bisschen gefailt, aber... Urlaub, ja. Urlaub. Urlaub! 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 Leil. Seine Stimme versagt. Ich mach mal über A, Cleo machen bitte. Ja, Cleo machen bitte. Gehro macht bitte mit Auto. Gehro. Let's go. Ich fahr von oben mit dem Stein, der wäre erstmal mit dem Auto runter. Alles Auto. 200 Punkte fürs Trophy zerstören, Alter. Ich hatte keinen gesehen. Sind alle auf B. Sind alle auf B. Ah, ja. 5 Punkte dann. Die sind durch, die sind durch. Ich hab double kill. Einer ist vorne, einer ist vorne durch. Ja, das ist der letzte, das ist der letzte. Es geht rein, das Rad aus, Rad. Nein, doch nicht. Am Headletchen Stein, das ist One Shot. Der geht, Rad aus rein, Rad aus rein, Rad aus rein. Ja, schön ist da, Alter. Mega geil. Ist recht davon gerade gewesen, ne? Ja. Muss mich hören. Da war er nicht. Na, das war kacke, ja. Okay, ja, das war kacke. Die Stunt war so geil. Alter, ich hab grad wegen meiner EMP-Granate 200 Punkte gekriegt. Das heißt, die hatten da vier Trophys stehen, Alter. Das ist echt hart. Heute ist mal noch so'n schönen Doppelkill da, ey. Und Chang'e muss reinrennen. Zwei gegen eins. Wieso reinrennen? Argo. Ja, du bist reingerannt. Ja, ich hab hinterlaufen, halt. Hab auch einen geholt. Ja. Haben wir das denn warten können? Ne. Der war ja auch One Shot, der Typ, wie sonst was. Achso, dann sagt das doch. Sag das. Haben wir doch. Einmal ins Headset reingebrüllt. Ich war aber nicht da. Einer springt da Mitte, rechts. Der ist vorne, rechts, Kiro. Vorder, rechts. Hab ich. Mitte. Auto, das kommt zu dir, kommt zu dir. Auto hab ich. Ich komm auf B. Eine ist A noch. Ah, Mitte noch, meine. Ah, Mitte noch, meine. Friedhof. Zwei Mitte. Ich brauch Friedhof. Ja, gut, das war's. Drei Leute in der Mitte, glaub ich. Links war. Na ja, ich dachte, ich kann doch noch rennen. Einspielen mit drei. Fahrst du eh, man darfst mich auch. Zwei. Zwei. Seine Mission. Null. Wir werden wissen, wo Bombe liegt. Links von dir, ne? Also... Der hat keinen Ninja. Die Vorhänger, ey. Komm, jetzt die einen runter. Ja, safe machen wir. Gott, wie lächerlich. Ja. Jetzt, jetzt. Hahaha. Hahaha. Das war's blöd. Hahaha. Was lässt man jetzt runter noch holen hier? Ja. Machst du wieder bitte, oder was? Ja, ja. Ich hab noch ein Auto, das werd ich aber... Sehr schön. Äh, noch nicht direkt am Anfang zurück. Hahaha. Hup. Stopp. Könnte Argo werden. Ja. Zwei Mütter und einer, was noch Argo hat. Zwei Mütter und einer, was noch Argo hat. Also, der ist noch nicht durch, aber er ist ein Broken gegangen. Einer ist Broken, drück. Ah. Hab ich. Pass auf, Jimmy. Die könnten wieder hinterlaufen, ne? Also, zurücklaufen. Aber ich hab nur gepiekt, Mann. Ah, ah. Nein. Kack. Alter, was ist denn gerade los? Wie droppen die mich denn gerade? Noch einer. Na gut, ich hab gerade verkackt da, ne bitte. LOL. Boah. Da haben wir aber nochmal ganz schön Kacke gespielt am Ende, ne? Ja. Ich dachte eigentlich, dass du tot bist, ganz ehrlich, ey. Aber nur zwei Hits, ne? Zwei Hits, ne? Ich kann doch nicht wissen, dass der so ein beschissenes Aim hat, alter. Alter, die 9-4 haben sind cool. Die 9-4 haben sind cool. Habt ihr gewonnen? Jo. Ja, 6-2. Ja, 6-2. Ganz souverän 5-0 geholt, weißt du, und dann ging's schlecht. Ivek kommt jetzt. Erste Map, glaub. Jaja. Mh-mh. Infektione. So, jetzt können sich die Changa-Brüder wieder kloppen, wer auf Ivek was macht. Ja, ich mach mit, ja. Wie gestern. Oder vorhin. Wie viele Leute hier im TS sind, das ist ja ewig, ja. Der ist voll ausgelastet! Wuhu! Das nächste Mal, wenn du mit dem Tosi geschlossen hast. Eher ohne Witz, wenn Merzau da wär, könnten wir sogar 4-4 private spielen, alter. Ich hab kein Wort verstanden, guck. So langweilig, Doc. Geh dich ja hängen. Geh dich ja hängen, alter. Hat er nicht gesagt. Das ist aber, ich hab eben kein Wort verstanden. Ja, besser für dich. Ich komm mal mit dem mit erstmal, ne? Der werd ich hier so hochspicken. Wenn ich mein Aim noch ein bisschen... Profi bei B? Oder warst du das? Das war ich. Das war ich. Ich seh auf B gar nix. Ich geh auf A, ich geh auf A. Einen hab ich mit down, ne? Jo, hab ich gemerkt. Dankeschön. Auf A kommen Nates. Fazit jemand in der Mitte, dann geh ich auch auf A. Du wolltest ja unbedingt in der Mitte. Nein, bleib da auch. Ja, aber dann verschiebe ich aber auf A. Weil ich eigentlich schneller verschiebe ich halt hier. Einer zu oben. Glass, top. Was machst du denn? Wir machen das. Noch mehr da vorne? Oh, Glass. Zwei Leute. Na, nicht von der Mitte krabb. Ich dachte, wir wollen das bauen. Das ist besser. Glass, hab ich einen. Oh, zwei im Wasser. Fuck. Es ist ja uncool, dass jeder reinrennt, alter. Ja, ja. Ja, Chris, nicht von der Mitte verschieben. Oh, was? Oh, diese scheiß Rumgespränge, Mann. Ey, das war echt unnötig, Leute, ey. Ja, ja. Hast du recht. Ah, die, Alter, für IVEC haben die Sau defensiv gespielt, ne? Mhm. Du bist auf A. Ja. Wir machen das jetzt so, wenn die auf A gehen, gehst du durch die Stairs unten in die Mitte und ich gehe auf A. Ja. Ja, go. Okay. Dann ist das so ein fliegender Wechsel. Ich verbrochen, ich gebe nicht viel Zeit. Alles super. Oha. Profi in die Mitte, unten. Oh, fuck, der hat nicht. Oh, scheiße. Einer ist rechts außen schon. Der war auch kein Agen heute, ey. Oh, jetzt kommt er da. Fuck. Flicksack war einer mit der... Ah. Ich hab einen gestrackt, Alter. Der letzte war A, außen mit einem Acht. Nein. Es ist schön gespielt. Hast du die Stuck gesehen, Alter? Ja, ja. So mit Mager und nicht so, hm? Und dann Pupp. Und dann Pupp. Und dann kill. Wenn du einen Stuckst und der Fleck jacket hat, steppte trotzdem, gell? Ja. Ja, ja. Ist doch klar. Ist doch klar. Ist doch klar. Ist doch nicht klar. Weil die Stuckst und der Fleck jacket hat, steppte trotzdem, gell? Ist doch klar. Bei dem Spiel ist gar nichts mehr klar, ne. Gehen wir direkt auf A. Wir alle gleich haten uns auf das Spiel, Mann. Ich glaub, ist doch logisch manchmal, aber... Äh, B hinten. Ich weiß gar nicht, wo jemand schockiert. Welchen Teil auch im Clip? Einer kommt hoch, einer kommt hoch, Doc. Oben hab ich einen. Hast du die Mitte, Clip? Ja. Noch einen oben, down. Einer ist Team vor. Der ist rechts davon. Bisschen weak. Der ist hinter dem Teil. Und ganz hinten ist noch einer mit einem A. Nix davon, nix davon. Oh, One-Shot. Hier oben, hier oben. Und hinten war auch noch einer, ganz hinten. Der ist One-Shot oben, One-Shot. Down, down, down. Der letzte war hinten bei denen. Na, oben drauf, top. Ich hab mich übel. Generators. Bombus oben, down, Bombus oben, down. Bombus oben, down. Setzt sie doch in die Ecke da oben. Chris, komm auch mal hoch. Chris, komm auch mal hoch. Hier, lass dich mal in die Ecke da rein. Ah, so habt ihr alles, denk ich. Er kommt. Hat mich, lol. Da ist er doch. Du musst ihn direkt... Oh, Alter, was... Rechts, rechts. Oh, Alter. Oh, Alter. Aber Jimmy, du musst direkt pushen dann. Wenn du so nah dran bist, musst du direkt raus. Der war am Wall, man. Ich wär mir nicht sicher, ob ich ihn kann. Du warst viel zu langsam. Du bist ja erst mal noch zwei Sekunden stehen geblieben. Direkt rauf auf die Scheiße. Aber eben sind da hingeguckt, wo ich war, ne? Ja. Das ist ja sehr komisch. Sie haben bestimmt Wallhack aktiviert. Ich weiß nicht. Ich hab die jetzt schon mal im... Ich hab da noch nie gemacht. B, B oder was? B, B. Bravo. Ich mach Wall One. Oben seh ich keinen. Ich bin gleich schon von hinten gekommen, ne? Oh, nein. Der Wall One ist abgedeckt. Oh, die machen weh richtig def. Ihr könnt eigentlich legen. Ja. Okay. Du musst nur die Stairs dann haben. Ah, ne. Das ist toll. Ja, nicht da liegen. Ja. Du bist auch ein besserer Spieler. Ja, so... Halt sie das richtig? Ja, ja. Alter, wie def stehen die denn bitte? Sonst richtig def drauf. Die kamen grad wieder gepusht in die Säule da, ne? Also, ich weiß ja nicht, wie wir da spielen heute, aber das ist scheiße, was wir machen. Ja, ich war One-Shot. Ich musste weg. Also, nicht One-Shot, aber weak. Ich musste da weg sein. Ja, ich musste da weg sein. Ich hab mir recht noch Ahnung, was ich machen soll, wenn wir auf die gehen. Ja, sie spielen das auch komisch, ey. Der hat nur einen ganz, ganz hinten am Sporen, der Devolver nur abdeckt. Ja. Und da noch einen, der hier unten rechts ist bei der C-Flagge. Bis nach oben hab ich ihn, Olo. Der B seh ich noch gar nix. Ah, safe. Den Dev wieder. Komm, A, die laufen hier rum. Christoph, aber die sind noch nicht vorne, die sind bei der Bombe noch nicht, ne? Also, könnt ruhig machen. Einer ist oben drauf. Einer ist jetzt unten. Unter A. Gehe, Alter. Wasser ist einer. Wie er mich droppt, Alter. Unten hab ich einen. Na, oben noch. Lächerlich, ey. Krass, wie er droppt, ne? Ich komm jetzt auch. Der kommt vor. Nein, es ist eine. 2-1-1, bleibt zusammen. Der komische ist noch da, am Leben. Der ist oben drauf immer noch. Glas. Geh auf. Oh, oh. Keine Mogil. Oben, oben, oben. Bring, Glas, kommt Wasser. Boah. Ey, der ist in vier Sekunden noch, ne? Geh weg. Geh weg. Wie er uns gibt, der Jeep, ey. Komm mal. Wie ist dein scheiß Wasser gefallen? Ich dachte, ich lande auf dem Glas. Da wärst du eh eingebrochen. Äh, die droppen einen, also mit AR droppen die einen instant, ey. Bup. 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 Ago. Bup, bup. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. Go. Go. Da kommt bestimmt gleich wieder einer entgegen, ne? Jaja. Ich werfe rechts einen Zen-Texel. Einer ist rechts unten. Hab ich. Da waren immer zwei, dann auf A. Da muss noch einer irgendwo rumgammeln. Ja, hinten rechts, der knüpft hoch. Also hinter der Treppe da. Bitte, mitte... Ja, so Richtung Mitte hin. Leg die Bombe. 3 und 3. Hinter mir! Ah, mein Gott, ich war getrapped. Fuck. Also, ich würd' mal vorschlagen, dass wir bei denen mehr Leute ziehen, bevor wir planten. Mhm. Dann bringt nix. Naja, was... 4 gegen 3, ne? Also... Will dir immer noch keine Respai gehen? Die Mitte war ja offen, denn... Ich weiß ja nicht, wo Chanka... Boah! Ja, ich hab das ein bisschen anders gespielt, weil es eben... Kann man erst... Eben war am Anfang gar keine Mitte, erst ganz spät nach oben, und dann wollte ich mich nicht wieder, dass der mich von hinten ziehen kann. Das läuft grad suboptimal. Ja. Ja, der Angriff läuft halt scheiße. Richtig. Ich seh nix auf B. Wo kommt das Ding? Bei A glaub ich. Ja. Mit einer? Bei A kommt es. Er geht wieder auf A runter, DG in A. Ja. Zu zweit bei A. Kannst du hier bleiben lassen? Ich hab nur ne MP. Ja, aber bei A kanns auch nicht viel machen mit MP. Der ist oben. Glass. Freak. Immer noch Glass. Immer noch Glass. Einer ist Mitte. Aber ich glaub der ist wieder durch den Gang zurück. Die Bombe liegt bei A, ne? Bitte, bitte. Bombe liegt bei A. Ja. Alle mehrere Mitte. Mehrere Mitte. Mehrere Mitte. Können alle Mitte sein. Ja, Glass immer noch. Fuck. Mitte, runter, runter. Boah. Ja, ich kann dann... Ach, Mann. Argo geplantet. Oder A geplantet. Nein, fuck. Deren Seite Claire ist unten. Mitte. Overdrive lassen meine Arme richtig pusten dann. Wieder Argo. Ja. Da sind zwei Stück, ne? Wenn wir denn... ein Name neuen Schuhen. GrüeIP! A POLLSKA AUT A POLLSKA AUT A H PAULT A HANT. und ein One-Shot hast du ihn und zu B, oder? ja, gute Idee hinter mir oh, ich bin nicht dran, ich bin nicht dran ach, geh weg da, meine Granaten, geh weg jetzt könnt ihr die aber flenden eigentlich ist auf A, ne? hier, hier, hier nice habt ihr bei Hähigkeit was eingesetzt, oder was? ja, ja, ja ich hab noch WUF das hast du auch selten gesehen bei der Einsätze alles, alles rot ja, Justin hat den Tracker, dann war das völlig dumm von mir das stimmt ja ja, weiß er ja nicht ne, ich war auch nicht so normal dran, ne? ja so ja, du bist ja weggerannt, ich wollte planten komm mal mit und mit so da bleibt einer im Spawn stehen ich wechsle und bin einmal noch klassen Auto fährt auf B B Auto ist unten bleib kurz was oben zu dir, Chris ja, Klette gegen ihn nice einer ist außen oh geh weg, oh man ich hab doch gesagt, ich hab zu dir verschoben, Mann fängt das wieder an, ey ja sowas blödes, Alter ja, ich hab's angesagt, Alter genau, einer ist Moral durch einer ist Moral durch hab den wir topen, einen dauernd einer noch schön ich hab die Treppe denn, ne? und der auch nicht Alter Treppe, Mann was ist denn los, Alter? Jimmy guckt glaub ich nie auf die Minimap ich hab die Treppe was achst du? und dann kommt der da? ohne Witz, wenn der einen Double Kill gemacht hätte ich hätt euch so angeschrien, ey ohne Scheiß das stimmt lass mal alle durch die Mitte gehen dann? wir haben die nur einen, ja dann gucken wo wir gehen durchrennen, oder was? ja ne, dann willst du unseren Spawn zurück und dann noch zum Bambel, weißt? ich hab noch Zombies Zombies also Mitte Post, let's go ich mach wall one hier einer von euch rechts ja, ich mach rechts ich hab gar keinen gesehen hier da ist direkt durchgehend nach links oder nach rechts? rechts rechts das wiegt, das wiegt das wiegt was der spielt, Mann jetzt links rum auf B B, go hinten, hinten, hinten oh ja ja, instant der Typ, Alter Alter, das da ist doch Bullshit, ey ja, doch mal spielt dann das ist voll schwer daraus zu kommen du kannst ja von beiden Seiten das Ding so abähnen oh, wir müssen trotzdem nicht zwei Leute stehen oh, du gehst mir heute richtig auf den Sack, der der besser ist frei end das ist echt krank eklig bei dir er ist als erster rausgelaufen und geschwommen ja ich war noch nicht mal draußen ich war noch nicht mal draußen das ist richtig ey lass mal jetzt bitte mal die Runde holen hier Aggo Aggo nee, Bego, Bego Bego ja, weil was richtig schön der Bego jetzt hier, Leute komm Gas, Gas ich hab ein Auto, ich bleib erstmal Top AC ich hab dir auch noch einen Hit gegeben, Doc ja, kann sein, egal, Scheißdruck ich hab dir auch noch einen Hit gegeben, Doc ich hab dir gewonnen ich hab dir gewonnen rollbang jo, letzte, zweite Map, 6-5 ey also das war eine richtig räudige Map hier von uns ja die haben die auch richtig komisch gespielt, richtig death und neffi wow aber ich glaub die Janga Brüder müssen mal was klären miteinander mit dem Laserschwert mit dem Laserschwert mit dem Laserschwert ja, ich hab dir das jetzt anfangen ich hab dir keinen Scheiß gebaut ich hab dir das jetzt anfangen zu diskutieren ich würd ich würd es leckt ein bisschen pannisch es ist zu diskutieren aber ihr habt nicht verstanden, oder? ja sehr große sehr schön ja 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 jay 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017